herzlich willkommen liebe clasher bei mir in dem torsner kartoto beim clan wo bin ich ich bin in der da ist in der maschinen gelandet und ihr seht ihr erstmalig ich spiele clash of clans auf deutsch und das ist ja sehr sehr unüblich für mich weil ich sie eigentlich immer nur auf englisch spiele aber ich habe es hier mal auf auf deutsch gestellt weil ich was nachschauen wollte und habe es jetzt eben nicht nicht mehr umgestellt das ist nicht so tragisch oder ist das tragisch war doch das ist tragisch das machen wir anders da loggen wir einmal der gebrauch ausloggen wir brauchen hier nur die sprache einmal umstellen und dann lädt das hier ratzifat sie wieder durch so jetzt haben wir es auf englisch ich bin in der machine schuldig noch mal und herzlich willkommen heißt es hier dann auch teamreisen zusammen halt leitet uns das ist in der tat war aufgegeben kennen wir nicht auch das es war also das ist ein richtig schöner clan hier hier kann man sich von anfang an habe ich auch mich wohl gefühlt und bin hier eine einladung gefolgt nämlich von der ich glaube es ist die freer die mich eingeladen hat über die kommentare und es war ja auch egal das fand ich natürlich richtig gut mit welchem account ich hier rüber wechsel habe mich für den avatar entschieden weil ich erst mal kein ck mitgespielt habe da hat meine queen noch gepennt ich habe mich erst mal umgeguckt habe einzig ausgesetzt habe aber jetzt den letzten mal mitgespielt und danke schon mal an der stelle für die einladung hier finde ich sehr 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 nett und und natürlich auch dass ich hier mittlerweile in 28er queen habe hier finde ich auch sehr sehr nett es hat mich natürlich leute ich habe gerade was im hals ich habe zwar hier ein paar games dafür gelassen aber ihr seht mit dem arbeiter habe ich auch nur games gesammelt habe hier nie welche für ausgegeben weder für für schub noch für irgendwelche bauzeiten und ihr seht das hier auch selber der afa geht auch hart auf er hat zehn zu ich habe jetzt noch sieben helden level und drei mauern also es wird zeit dass das clash of clans update kommt aber wir gehen ja wir können hier noch übergeben haben schon wieder gestartet ist wir gehen hier ins warlock rein so ein gefühl wenn ihr heute nachmittag das zweite video seht dass ich den leuten irgendwie pech bringe und ja wir haben 40 41 verloren sehr sehr unglücklich hier muss man sagen obwohl wir gar nicht alle federn gelassen haben leider hat der gegner etwas mehr federn noch offen das heißt also es war wirklich bis zwei minuten vor schluss hier noch ganz ganz offen wie der gegner hier angreift also ihr seht dass unsere 1 hat auch nur ein stern gelassen dafür wurden dann hier unten die etwas höheren neuner dann gedreiert ja das war das war wie gesagt das ist da der gegner schuldigung bei uns waren hier waren zwei auf zwei auf eins hier haben wir nämlich nur ein leider nur ein stern gemacht dann hatten auch nichts zum ausgleichen das haben wir jetzt eben mal besprochen da wir hier oben natürlich ein 10er und danach hast du nur noch neuner dann ist es schwer wenn der 10 sowie in diesem fall leider nur ein stern holt das mit neuner auszugleichen zumal die er hat zehn base die eine oben beim gegner auch noch max out war also das ist dann schon wirklich wirklich eine schwere kiste das ein bisschen auszugleichen ich spule das hier mal ein bisschen vor dann packen wir hier ein bisschen mehr und deswegen habe ich haben wir dann eben auch besprochen hier und sind zu der erkenntnis gekommen entweder gehen hier mehrere einheitliche rathäuser mit also dann müssen wir mindestens zwei zehner oben haben die sich so ein bisschen gegenseitig ausgleichen können oder aber ich glaube ihr habt ja jetzt eben schon ganz ganz kurz gesehen wir machen hier halt nur mit neunern da kann es läuft natürlich immer noch gefahr bei den hohen neunern ich bin jetzt nicht eingebildet aber ich würde schon sagen avatar ist schon sehr hoher neuner dass ich ein zehner als gegner kriege also dies den dass die gegnerische nummer eins in er hat zehn sein könnte und ja da muss man dann sehen wie man aus der nummer rauskommt und aber die suche ist ja noch am gange während ich hier mal so ein paar angriffe zeige also hier geht es bei rathaus level 7 los und ich weiß gar nicht ob die suchen das ist schon sehr familiärer club hier der schon ziemlich lange glaube ich auch zusammen zusammenspielt hier also das heißt lange das ist ein klein level 6 also so lange können sie noch nicht existieren aber es ist halt eine ganze masse die schon sehr sehr lange hier zusammenspielt das merkt man auch und der chat ist hier echt hyper aktiv hier wird auch richtig gut richtig gut und überlegt vor allen dingen gespendet es gibt hier so standard sachen die man spendet wenn also einer dev sagt dann gibt es ja eigentlich immer dass das gleiche also es gibt dann ich nenne mal ein beispiel baby hexe walkyro oder so oder man schreibt hat rein was man gerne als dev haben möchte aber das finde ich richtig gut dass man so kleine standards bildet wenn einer schreibt irgendwas dann kriegt auch irgendwas in der regel ich habe hier noch überhaupt überhaupt noch nie irgendwie bad struppen empfangen oder sowas also immer knackige truppen wo ich dann weiter mit fahren kann auch wenn ich mit dem account jetzt nicht so wirklich viel gemacht habe aber meine angriffe mache ich natürlich immer habe auch beide gemacht hier leider beide in sand gesetzt mit nur zwei sternen und zwar hohen prozenten aber das hilft leider am ende nicht denn da fehlen uns auch da die sterne und da bin ich natürlich untröstlich aber ich bin ja auch nicht der drei sterne halsbringer was den r 9 bereich dann unbedingt angeht da mache ich schon meine sterne aber manchmal halt auch nur zwei weil natürlich es je höher wir kommen desto schwieriger wird das ganze ja hier befinden wir uns immer noch im r8 bereich die organisation hier läuft über eine app also hier wird klar festgelegt wer macht was zumindest in dem 6er 7er 8er bereich wird hier klar definiert wer welchen gegner macht hier oben hast du auch nicht so viele super truppen kombis also was heißt hier oben im r8 oder 7 bereich hast du mit r7 deine drachen greifen mit denen auch an weil es deine beste truppe ist im r8 bereich ist das sicherlich auch so lange so wie deine drachen auf drei sind und die anderen truppen noch nicht so nachgekommen sind ich greife ja so gut wie gar nicht mehr zu drachen weil ich auch nicht nicht mehr so wirklich kann da muss die bild schon wirklich für mich sehr sehr gut passen bevor ich mal wieder drachen angriff mit dem barfuß mache ich mal nach mit dem barfuß tschuldigung ja mit dem barfuß doch mit dem barfuß mache mit dem mache ich ausschließlich grob weil ja die drachen sind mir einfach zu langsam bei so einer base hier sicherlich nicht die ist relativ kompakt aber wenn du so große großflächige bases hast dann sind die einfach zu langsam muss man so sagen sie schaffen so eine besser vielleicht aber dann muss so ein ck angriff auch leider drei oder 33 oder vier minuten gehen da kommen wir dann mit drei minuten nicht hin aber der böse onkel hier macht das viel besser und 3 hat hier schon mal die nummer neun ja also hier kann man auch leicht natürlich in diesem bereich ein bisschen hoch gehen super sache hier habe auch schöne angriffe gesehen schöne taktiken auch auch mal ein bisschen was anderes den habe ich glaube ich noch nicht gesehen den nick hier sind wir immer noch mehr bereich aber hier ist schon er acht auf rhr 9 auf er acht okay aber das ist das zum beispiel eigentlich schon so eine basic sagen oder mal gucken aber gut hier hast du natürlich nur eine la denn wenn du fuchs bis als er h9 oder ganz frischer er 9 so lange ist er glaube ich noch nicht er 9 dann nutzen natürlich das aus dass du ein zauber mehr hast und blitzt zwei las weg das ist schon riesen vorteil hier und so machst du hier halt die sehr sehr hohen achter wir sehen dass wir sind schon bei sieben und haben noch kein rh9 also viele spiel sich in diesem bereich habe und ich denke mal in diesem bereich hier kann man auch dann hier ruckzuck groß werden also mit r8 r7 r8 dann richtung rh9 gehen es gibt ja auch keine ich glaube es gibt keine russia es gibt keine engineering basis hier ist also alles schön immer ich will mal so sagen durch gemerkt truppen schön gelevelt helden auch gelevelt sehen wir ja hier als frischer er neuen hasse halten king of 10 und da kommt die queen ein bisschen nach aber schon super gemacht hier und genauso geht es auch im oberen bereich auch schöne angriffe gesehen vom green hier auf die nummer fünf fährt der haben wir uns ein bisschen gedanken gemacht um diese rund base aber ich hatte den gedanken und habe wollte eigentlich ich wollte zu sagen leute die mir mit hox machen denn früher hat man sich bei dieser base hier dermaßen abgekrampft mit loons und weiß der geiler was aber tatsächlich kannst du die wirklich ganz ganz locker mit hox machen und der uti green entscheidet sich hier auch für ein was ist das wo war hat alles dabei sehe ich jetzt auch ersten pecker hat noch im gepäck weil küre noch dabei fünf stück und 15 hox zum clean up fünf kobold ja kann man auch machen denn die machen natürlich ratzifatzi hier die großen lager weg dass sich so truppen wie magier oder pecker sich gar nicht damit aufhalten müssen und ich glaube ich kann mich daran erinnern dass dieses lager nämlich von den kobolden gemacht wurde dann brauchten sich die anderen truppen da nicht wirklich um zu kümmern kann man machen gar keine frage da kommen die kobe ist ja sieht man ja auch selten kobe ist mck aber das lager ist weg und der pecker auch nicht mehr machen noch kann man so machen super gemacht hier und jetzt geht es hier richtig schön in die mitte rein also jetzt ist der ring ja schon schön entkernt und die hox brauchen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen clean up machen der king tank tankte so ein bisschen versucht sie jetzt durch die mauer zu zu kloppen aber da war ein schöner angriff hier und da leben ich weiß gar nicht ich glaube da ist gar kein hock gestorben das war ein clean up hocks hier und war ein richtig schöner angriff keine frage aber ein bisschen überlegt wie können wir diese ringwäste knacken ja im oberen bereich haben wir nämlich auch die probleme mit den ringwäste es gehabt zwei gegner hatten hatten diese ringwäste es hier nämlich die vier und die zwei hatten die gleichen basis oder so ziemlich die gleichen basis und ihr seht das hier 97 prozent das war auch mein zweiter angriff schon der war ja wir gucken einfach mal rein wie ich wie ich mir das gedacht habe die wollte ich jetzt mal ganz anders machen ich wusste dass man die clan bekloppen kann denn hier war schon angriff drauf und habe einfach gedacht mensch 28er queen dazu jetzt auch mal ein queen walk hier und mit so ein bisschen mit dem kill squad dann noch dabei und hier hurra ich kann ja doch rechtzeitig gut zauber schmeißen das habe ich gemacht für die lungs und für die gegnerische queen weiß nicht so super stark aber wollte jetzt hier unten kommen wir jetzt mit dem golem rein was mir glaube ich da wieder fährt ich glaube meine mauerbrecher sterben da ich weiß es gar nicht mehr so genau was an dem angriff eigentlich nicht mehr so gut war ach so genau ich habe 22 heiler noch für für die bola hier also sechs heiler insgesamt dabei gehabt und ja die schwenken jetzt leider auf den king ist nicht so schlimm dann geht der bengel wenigstens richtig durch und wollte meine wahlküren jetzt noch gar nicht setzen weil ich gedacht habe naja komm der king latscht sicherlich jetzt erstmal rum und hau hier ein gut rein und dann wollte der king doch da rein weil da vorne die ecke schon geklärt war von der queen ja und da habe ich natürlich gedacht komm jetzt die wahlküren hier mit rein in die in die mitte dann entkehren die hier super schnell alles machen die auch ich hause ich auch noch mal glaube ich ein gut drauf dass das hier noch fixer geht und die sich einfach dadurch die mauern fressen jetzt kriegen die natürlich gut beschuss von allen seiten und aber hier unten geht der king auch noch mit ein paar wahlküren durch der golem hier tankt richtig gut unten die mauer richtig scheiße nämlich da waren die mauerbrecher ein bisschen zu weit rechts gesetzt dass er wenigstens mit in die base geht also schlechter tanker jetzt kommt er endlich raus jetzt hätten müssen wir einen speed sauber haben aber meine queen geht da drüben noch ganz gut durch und jetzt haben wir auch nicht mehr viel def aber ich habe auch keine wahlküren mehr hier unten sind meine barbaren noch von dem von dem king und der golem tankte jetzt ganz bequem die beiden devs da oben macht meine queen ganz bequem die rest def und die restlichen gebäude und jetzt muss ich meine queen schon zünden denn da unten hatte jetzt nur noch eine kanone und ihr seht selber in den ecken ich saß ja eigentlich immer wieder nach die bauhüten des todes weise immer darauf hin denkt an die bauhüten leute und mache es selber nicht wie es wie es so ist na so ist das bei bei murphy ja auch immer also ich weiß nicht was mich da geritten hat ich meine das wären jetzt vier bogies gewesen oder vom jahr 22 barbaren die jetzt einfach hier bauhüte nach bauhüte ablaufen und ja das schaffe ich natürlich jetzt mit der queen leider nicht mehr also wirklich unglücklich hier und ich habe mich daran gedacht bauhüten naja das ist mal wieder ein plan und naja können wir nichts machen ist halt so gewesen aber leider hier oben ist man ein bisschen bisschen üben ja auch so eine ring wer ist hier da muss man jetzt nämlich schon neu darauf schicken weil leider unser er hat 10 49 prozent ganz ganz knapp am rathaus war ich habe auch gleich an meine 49 prozent folge von gestern erinnert wo mir das gleiche ja mit meinem er hat sehen eigentlich wieder fahren ist und ja diese ring basis hier sind mit drachen aus dem erh 9 bereich ja sie sind sie sind zu machen gar keine frage ob man damit dann tatsächlich bis zum rh kommt ich meine da sind wieder meine vielen vielen termine mein speicher ist immer noch voll ist und back in der software ja und das habe ich mittlerweile im forum nachgelesen und ja ich meine er kommt hier bis zum rh aber dann wird es auch schwer gegen die fäger und gegen die infernos hier anzustinken und so waren das hier erst mal nur 44 prozent mit den drachen kann jetzt aber noch ein paar prozente mit seinen helden holen und von vorne brauchst du sie dann tatsächlich nicht mehr schicken die wären zwar jetzt auch aufs rathaus gegangen aber sind wir ehrlich der 25er king hätte hier von diesen beiden teslas beschuss bekommen und auch von dem inferno das hätte er nicht lange überlebt zumal ach da kommen noch zwei x bogen dahin zu also das überlebt er nicht lange und die queen wäre dann sicherlich auch unter umständen erst mal hier aufgegangen ja das kann man testen aber so als er 9 da fehlt der vierte der zauber die fehlte die fehlen 20 truppen und dann ist es schon es ist schon schwierig und deswegen wenn ihr also auch so ein klar nach wo er so ein er 10 und das nächste kommen als er 9 ist finde ich schwierig denn sonst sena dann zu kompensieren das haben wir hier nur in teilen geschafft ist dann auch sehr schwer aber nichtsdestotrotz ich bleibe noch ein wenig hier denn wie gesagt es gefällt mir hier sehr sehr gut auch wenn ich hier nicht so oft und bin einer hatte mir das auch geschrieben dass ich so ein bisschen herum schleichen ja das stimmt nicht ganz ich gucke hier immer mal wieder rein aber ich mache tatsächlich man sieht das ja auch ich habe echt nicht viel dunkles er wenig im moment mit dem account hier der kann ruhig ganz ganz langsam noch weiter hoch gehen ich möchte da gar nicht so stark auf er 10 gehen möchte erst mal auf er 9 noch meine ck sterne machen und ja ihr seht das gegner ist noch nicht gefunden ich bin ganz oben wir spielen also ohne rh9 rh8 rh7 trotzdem ein knackigen 20er da das freut mich das ist super haben wir greifen auch dann glaube ich denke mal es haben alle angegriffen zumindest ist es hier nicht verpönt dass man hier dann übungs angriffe macht auch für eure nummern ja gut hier unten die beiden haben das oder die drei haben das nicht nicht mehr genutzt ja sie hätten auch nichts mehr reißen können und da ist das sicherlich nicht ganz kritisch aber es ist nicht so schlimm ich denke mal wir bekommen das kriegslog hier wieder grün und heute nachmittag kommt ja noch eine folge mit dem mit dem tief auch da habe ich nicht wirklich ein glückliches händchen gehabt mit dem clan schon aber leider nicht mit ck aber es könnte euch selber angucken sind ein paar wirklich schöne kämpfe dabei und da sehen wir auch mal wieder ganz ganz andere basis als dass ihr von mir gewohnt seid und was habe ich noch vergessen stream ankündigung heute 19 uhr da habe ich noch gar nicht gesagt ja ich will heute abend 19 uhr glaube ich anfangen zu streamen vielleicht wird es auch 20 uhr ich habe mich da noch nicht festgelegt 19 oder 20 uhr ich blende euch das am ende auch noch mal mit mit ein und werde das auch in die beschreibung mit reinschreiben und ich hoffe dass wir ein paar stunden wieder nett zusammen clashen können was auch immer ob das bei uns im ck ist der dann nämlich schön wieder anfängt also kriegen wir sicherlich was zu sehen ist auch knackig das wird richtig bombig und ich muss eben wieder ein bisschen bisschen rum fahren fahren und ich denke es gibt auch einiges zu diskutieren da freue ich mich auch drauf und also wie gesagt heute abend 19 20 uhr ich kann mich noch nicht genau festlegen vielleicht auch kurz vorher noch ein kleines video wenn ich die genaue zeit habe aber ihr bekommt das sicherlich irgendwo mit wann ich denn anfange und ich würde sagen dann sehen wir uns in jedem fall bei einer weiteren runde clash of clans mit mir dem torsen und tschüss ein